Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ja! Oh, da kommt Schuppe! Und Toppie weiter! Höchst gegen Benni! Echt? Oh, ja! Oh, ja! Scheiße! Oh, ja! Oh, ja! Der war. Ich werde erste Woche wieder ein Training haben. Ich habe die Ente den hin, deswegen. Das war der Problem. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Das Rechtfertigt das natürlich. Ja, klar. Das kann ich so, dass ich die Hände von dem Brause auf den Zug am nächsten Tag. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! In 57 und 58, das haben wir noch vorgelesen. Jetzt zieht da einfach so ein Polizeiauto mit vier Mann rückwärts raus, guckt ihn auf die Straße. Ah, ja, ja! Nein! Nein, Mann! Ist drin? Ja! Ja! Sonst? Also! n Ansage! Wenn er sich vorher fallen lässt, wo er ein Sechges reingeht, hat sich da jetzt aufgedacht. Gibt da eins! Der Simon sieht den Künstler. Guck ihn, der wird 2-3-1 scheppern. Wenn ich jetzt bearmt. Der muss jetzt aber sein. Der 2-1 kommt noch! Der ist impotent. Der Simon ist richtig krass. Rotes Ding. Der war am Wochenende wieder hier. Der Schwede, der haut ihn doch um! Der 2. Ja! Jaaa! 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 Vielen Dank.